Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der TrackSplits. Hier bin ich am Schreibtisch von Gene Roddenberry. Und von diesem Schreibtisch aus gab es viele, viele Folgen von 1701 Live, unserer Reise durch die Star Trek Geschichte. Und direkt hinter diesem Schreibtisch steht der berühmte Star Trek Weihnachtsbaum, eines meiner Lieblingsexponate und seit der ersten Ausstellung 2009 permanenter Teil hier der Schau. Und jedes Jahr kommt ja tatsächlich ein offizieller Anhänger beziehungsweise sogar mehrere dazu. Star Trek und Weihnachtsbaumschmuck in diesem Jahr ganz aktuell hier eingetroffen auf dem Raumschiff Eberswalde, die Enterprise Bay aus den Treffen der Generationen in der Version, wie sie gezeichnet ist vom Nexus und Captain Kirk ja in erster Instanz das Leben gekostet hat. Und auf Takt für eben das Treffen der Generationen. Die kommt jetzt hier gleich an den Baum. Und ihr kommt hoffentlich morgen wieder mit auf eine Reise ins Star Trek Universum hier bei den TrackSplits. Bis morgen.